Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es meinen Monatsrückblick für den Januar 2014. Ich habe im Januar sieben Bücher gelesen. Das ist für mich ein ganz ganz toller Durchschnitt, weil man hat ja auch noch seinen Beruf und seine Familie und da sind sieben Bücher für mich wirklich ganz ganz toll. Es waren insgesamt 2585 Seiten. Das macht so im Durchschnitt 83 Seiten pro Tag. Und ich muss sagen, dieser Monat Januar war bei mir auch ein wirklich toller Lesemonat. Also ich habe nur Bücher gelesen, die mir sehr gut oder gut bis sehr gut gefallen haben. Es war also keins dabei, was ich jetzt als Flop sehen würde. Und ja, da bin ich natürlich sehr begeistert. Deswegen flossen die Seiten auch so vor mich hin. Angefangen hat mein Monat. Da gibt es auch schon eine Rezension von mir mit dem neuen Roman von Sebastian Vizek, Noah. Er ist im Lübe Verlag erschienen, hat 556 Seiten. Und ja, ich brauche dazu, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen, wenn ihr meine Rezension dazu sehen wollt. Dann schaut einfach auf meinem Kanal nach oder eben auf meinem Blog. Da gibt es sowohl die schriftliche als auch die Videorezension unter www.nadis-bücherwelt.jimdo.com. Da könnt ihr auf jeden Fall alles über dieses Buch lesen. Ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Buch von Sebastian Vizek. Ich habe es in meiner Rezension auch gesagt. Dieses Buch hat mich nach dem Beenden noch wahnsinnig lange, selbst heute noch, beschäftigt mich dieses Buch, weil er Sebastian Vizek dort ein Thema aufgreift, was irgendwo uns allen Angst macht, was uns, ja, alle beschäftigen sollte und was uns auch Anhalt geben sollte über unser Leben, was wir jetzt so führen, nachzudenken. Also mir hat das Buch wahnsinnig gefallen. Ich werde es sicherlich noch mal lesen, weil es mich wahnsinnig ergriffen hat. Und ich finde, wenn ein Schriftsteller das bei mir schafft, ich meine, ich bin sowieso ein Sebastian Vizek-Fan. Ich habe alle Bücher von ihm, die bisher erschienen sind. Das letzte der Nachtwandler hat mir nicht so gut gefallen, wobei es trotzdem nicht schlecht war. Aber ein bisschen war ich enttäuscht. Aber Noah hat wieder alles rausgerissen. Als zweiten Roman gab es dann ein E-Book. Und zwar habe ich von Maya L. Heyes dieses E-Book geschenkt bekommen. Es geht um das E-Book Seelenrausch Black Diamonds. Da wird es auch auf jeden Fall noch eine Rezension geben, liebe Maya. Ich habe es nicht vergessen. Sie kommt auf jeden Fall. Es hat in der Printausgabe 510 Seiten und ist 2013 am 19. September erschienen. In diesem Buch geht es um Seelenwanderung von einer jungen Frau und einem jungen Mann. Ich erzähle jetzt nicht so viel davon, weil ich einfach die Rezension euch noch drehen möchte. Und da erfahrt ihr wirklich alles Nähere. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat vier von fünf Sterne bekommen. Genaueres erfahrt ihr in meiner Rezension. Dann habe ich nochmal ein E-Book gelesen auf meinem Kindle. Und zwar war mir so nochmal nach so einem schönen kleinen Weihnachtsbuch. Es hat nur 70 oder 39 Seiten in der Printausgabe. Ein Opa unterm Weihnachtsbaum von Petra Schier. Auch dieser kleine Roman hat mich wieder sehr begeistert, hat mich sehr berührt. Es geht in diesem Buch um Chester, ein Hund aus dem Tierheim, der von einer Familie aufgenommen wird. Und er bringt zu Weihnachten so alles durcheinander. Das Mädchen des Hauses wünscht sich eine Blüschmaus. Und Chester versteht halt eine Maus und besorgt dann eine echte Maus, bringt sie nach Hause. Also da bricht schon das Chaos aus. Ja und dann hört er, dass die Familie oder die Kinder, die zwei, der Junge und das Mädchen, sich doch einen Opa zu Weihnachten wünschen, weil sie den nicht haben. Ja. Ob Chester das natürlich schafft, einen Opa unter den Weihnachtsbaum zu bringen, das könnt ihr selber lesen. Mir hat dieser kleine Roman wirklich super gut gefallen. Hat vier von fünf Sterne von mir bekommen. Erschienen ist er übrigens schon 2012. Ja, wie immer ein wunderschöner kleiner Roman von Petra Schier. Ich kann ihn euch nur empfehlen, vielleicht wenn Weihnachten wieder kommt. Als viertes, da gibt es jetzt auch schon eine Rezension von mir. Die habe ich gestern, glaube ich, hochgeladen oder weiß es nicht genau. Also erst vor kurzem habe ich die Rezension dazu auf meinem Kanal hochgeladen. Jack Morrow und das Grab der Zeit von Neil Bushnell. Er ist am 21. Oktober 2013 erschienen und hat 320 Seiten. Dieses Buch hat von mir drei von fünf Sterne bekommen. Es ist ein toller Jugend-Fantasy-Roman. Es geht in diesem Roman um Jack. Er ist zwölf Jahre alt und Jack erfährt, dass er ein Zeitreisegen in sich verbirgt, dass er also in verschiedenen Zeiten reisen kann und er besteht da das ein oder andere Abenteuer. Ihr könnt meine Rezension auf meinem Kanal anschauen oder wieder auf meinem Bücherblog. Da ist sowohl die schriftliche als auch die Videorezension zu sehen. Mir hat der Roman also gut gefallen. Wobei ich denke, es ist jetzt ab zwölf Jahre deklariert. Ich weiß nicht. Also manchmal muss man sich schon sehr konzentrieren, die ganzen Namen und alles sich zu merken. Aber ja, also ab zwölf kann man diesen Roman lesen. So, dann ging es mit einem weiteren Highlight von mir weiter. Das ist ein Buch, ich werde da jetzt keine Rezension zu drehen, weil da gibt es schon wirklich genug davon. Ich möchte euch nur sagen, wer Weil ich Liken liebe von Colleen Hober noch nicht gelesen hat. Ich habe es auf meinem Kindle gelesen, werde es mir aber auf jeden Fall als Taschenbuch besorgen, weil ich dieses Buch einfach nicht nur so in dieser Folie in meinem Regal stehen haben möchte, sondern da möchte ich wirklich das Buch haben. Der zweite Teil ist ja auch schon raus, weil ich will, muss ich natürlich auch gleich haben. Es ist ein Jugendliebesroman, bisschen auch Drama mit drin, hat in der Printausgabe 352 Seiten und ist am 1. November 2013 erschienen im DTV Verlag. Ja, also dieses Buch hat mich so gefesselt. Ich finde es wahnsinnig, dass eine Schriftstellerin in einem Roman so gekonnt ein Liebesroman reinsteckt, ein Drama. Also ich habe auch teilweise wirklich fast weinen müssen bei diesem Roman. Trotzdem ist es wieder ein lustiger Roman. Ich habe auch oft lächeln müssen und es ist wirklich ein Roman, der mich wahnsinnig fasziniert hat. Der Schreibstil ist wunderbar, ist so flüssig zu lesen, auch wenn man zwischendurch wirklich schlucken muss und manchmal nicht fassen kann, dass zwei Liebenden so viele Steine in den Weg gelegt werden. Es ist wirklich ein ganz, ganz toll. Also wer ihn von euch noch nicht gelesen hat, bitte, bitte lest ihn. Ihr werdet es nicht bereuen. Er hat von mir 5++++ von 5 Sternen bekommen. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Also eine Rezension. Wenn ihr eine Rezension dazu möchtet, dann schreibt mir das unten in die Kommentarbox. Dann mache ich das natürlich. Aber wie gesagt, es gibt schon so einige und ich kenne keinen, der von diesem Roman nicht begeistert war. Ja, dann geht es weiter mit einer Reihe. Da habe ich jetzt den ersten und den zweiten Teil gelesen. Ich glaube, mehr gibt es auch im Moment noch gar nicht. Und zwar ist es von Alessia Gazzola mit Skapell und Lippenstift. Das ist jetzt der erste Roman. Hier geht es um eine Assistenzärztin bei der Rechtsmedizin. Auch hier wird es von beiden Romanen noch eine Rezension geben, weil ich die beiden Bücher ja vom Verlag, vom Kalsbuchs Verlag geschickt bekommen habe. Also mir haben sie gut gefallen. Sie haben beide, soviel ich weiß, drei von 5 Sternen bekommen. Was genau da drin passiert, wie gesagt, das kommt in meiner Rezension. Dieser erste Teil hat 382 Seiten, ist im Mai 2012 schon erschienen. Das ganze Buch spielt in Italien. Da ist es natürlich manchmal recht schwierig mit den Namen, die da alle... Aber man kommt wunderbar mit und es ist ein toller Roman. So für zwischendurch, ja, nicht sehr viel Spannung, aber einfach ein schöner Frauenroman. Der zweite Band ist dann Herzversagen. Das ist also der zweite Fall für diese Rechtsmedizinerin Alice Alevi. Auch der hat mir gut gefallen, hat auch drei von fünf Sterne bekommen. Er ist jetzt am 30. September 2013 erschienen. Das ist also der neueste von ihr. Und hat 426 Seiten. Beide, wie gesagt, im Kalsbuchs Verlag erschienen. Kosten im Handel 14,99 Euro. Ist auch eine tolle Klappbroschüre. Also gerade dieses... Das ist ja so richtig pink. Ich hoffe, das kommt in der Kamera so rüber. Und ja, innen ist es dann so gelb gehalten. Es ist ein toller Roman, wobei man bei diesen Romanen jetzt nicht erwarten sollte, dass es richtig um die Rechtsmedizin, um wirkliche Untersuchungen von Leichen geht. Klar kommt es vor, aber es wird nicht so ausgeschmückt. Es geht eigentlich mehr um das Leben von Alice, wie sie so ihr Leben als Assistenzärztin eben meistert. Und da sie so ein bisschen einen kriminalistischen Instinkt hat, sind es beides. Also nicht nur einfach Romane, sondern so ein bisschen auch ein Krimi. Aber wirklich eine schöne Frauenlektüre. Ja, das waren meine Bücher im Januar. Ich hoffe, es ist wieder das eine oder andere für euch dabei, was euch interessieren könnte. Wie gesagt, von manchen kommt noch eine Rezension. Die werde ich vielleicht auch heute noch drehen und dann so nach und nach hochladen. Aber wenn ihr von bestimmten Büchern, wo ich jetzt, also gerade von Weil ich liken liebe, eine Rezension möchte, wie gesagt, dann schreibt mir das unten in die Kommentarbox. So, das war es mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020